Hi Leute, und heute möchte ich euch mal ein bisschen was anderes zeigen, und zwar habe ich hier so eine Tierlist erstellt, oder sozusagen so eine Vorlage genommen, und wir werden jetzt ein paar Warframes, ja, ich beginne nämlich mit Warframe mal wieder richtig anzufangen, werde ich die mal alle bewerten und euch auch ein bisschen so erklären, natürlich kann ich nicht alle sagen, weil ich nicht alle kenne, aber man kann ja mal kurz gucken, wie die ja alle hier sind. Also, fangen wir an. Die ersten zwei kenne ich nicht, genau wie die Bungie, Bungie hieß der, glaube ich, also der Atlas ist das hier, dann ist das, glaube ich, hier Ash, dann ist das, ja, also die kenne ich hier nicht, die vier. Dann haben wir Chroma, Chroma habe ich mal eine lange Zeit gespielt, aber ich finde, er ist zu schwach, also mit der zwei und der drei kann er zwar gut umgehen, aber er ist halt, finde ich, ein bisschen zu schwach, deswegen eher schlecht. Dann haben wir jetzt Amber, wenn man sie gut moddet, dann kann sie schon echt eine gute Damage-Dealer sein, also sie kann schon ziemlich viel Schaden anrichten, deswegen sage ich mal, Amber kommt auf, ja, guter Helfer. Also, ihr seht schon, wie ich das gewertet habe, das sind Mains, das sind gute Helfer, ja, das ist in Ordnung, das ist eher schlecht und dann hier für die Tonne. Gut, Equinox, eindeutig mein Main, wird auch neues Video kommen, neues Bildvideo kommen, da sitze ich schon dran, schreibt ein Script, habe schon mir so ein paar Infos geschrieben, aber die kommt auf jeden Fall ganz oben rauf. So, Excalibur, also von Excalibur, normaler Excalibur, kann ich ganz normal sagen, nee, kommt komplett weg, aber Excalibur Prime, nee, es gibt ja kein Excalibur Prime, Excalibur Umbra hieß es ja, glaube ich, ja, er geht eigentlich, er ist okay. So, Frost, ich, keine Ahnung, mit Frost konnte ich nicht so viel anfangen, deswegen eher schlecht. Also, mir fällt leider der Name hier von den einen oder der hier, aber hier natürlich, Harrow kenne ich, Harrow ist ziemlich guter Helfer, also, ja, das schmeckt. So, dann kommen wir direkt hier zu Inaros, wie gesagt, ich kenne hier auch wieder ein paar welche nicht. Inaros, ja, er ist eigentlich auch, er ist okay, aber er ist auch nicht mein Main. So, dann haben wir einmal hier Ivara. Ivara ist eigentlich auch ein guter Helfer. Ja, sie kann halt sehr gut unsichtbar machen und sehr gute Schleichmissionen, sehr gut absolvieren. Ich sage sehr gut, sehr oft, das ist sehr gut. Oh Gott, ich kann nicht mehr reden, Hilfe. Weiter mit Limbo. Limbo, ja, hat so manchmal seine Tage, aber ist halt auch super kompliziert. Ich verstehe immer noch nicht die Zwei, so, oder dieses Fade, also dieses Portal oder diese Kuppel. Ich verstehe den halt noch nicht, deswegen sage ich ja, okay. Loki, meiner Meinung nach echt der Schwächste, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie man den feiern kann, deswegen sage ich, für die Tonne, weg mit denen. Ähm, Meg, eher schlecht. Also, sie ist zwar brauchbar, aber nee, eher schlecht. Mesa, Mesa ist die geilste überhaupt. Sie ist ein bisschen wie Cassidy aus Overwatch 2 oder ein bisschen wie so ein Westernfilm. Also sage ich, sie ist mein Main. Das Mirage. Ähm, also das hier Mirage, ich brauche ein bisschen, um sie wieder herauszufinden, wie sie heißt. Mirage, naja, habe ich auch einmal getestet. Für die Tonne, ganz ehrlich. Dann haben wir, also ich habe jetzt wieder seinen Namen raus, es war Negros. Negros, ja, er ist ein guter Helfer, vor allem mit seinen, ähm, Duplikanen kann er sehr viele Ressourcen rausholen und er ist ein Looter. Er ist ein sehr guter Looter. Jetzt haben wir Nesa. Die kann super viel aushalten, also mit Nesa ist es eigentlich recht einfach. Genauso wie mit Schaden verteilen kann sie sehr gut. Also sage ich mal, sie ist auch wieder ein guter Helfer. Ja, gut, jetzt haben wir Octavia, oder? Schlimmer Name. Octavia. Sie ist eigentlich auch sehr gut. Ich habe manchmal das Problem, dass sie ziemlich wenig Damage macht oder dass ihre 3 dann manchmal nicht funktioniert. Also sage ich, sie ist okay. Also, sie ist brauchbar, aber sie ist okay. Dann haben wir Rhino und der ist natürlich ganz oben. Ich muss nicht viel zu Rhino sagen, weil er ist einfach ein Tank, er ist einfach ein Panzer, man kann alles mit ihm machen und er ist halt unsterblich. Also kommt er natürlich ganz oben hin. Dann haben wir Zerrant. Zerrant würde ich zwar noch nicht ganz oben stellen, weil ich habe selber noch keine Prime-Variante. Deswegen sage ich, ich gehe noch zwei Schritte runter. Wenn ich die Prime-Variante habe und sie gut modelle, dann werde ich vielleicht sie besser finden, aber sehr bei ihrer normalen Version bleibe ich bei Ja, okay. Sie ist zwar sehr gut mit Schaden verteilen, aber ich bleibe bei Ja, okay. Walkür. Ja, ich konnte auch nicht viel mit sie anfangen, deswegen sage ich eher schlecht. Old, ganz ehrlich, er ist irgendwie der Schwächste, deswegen für die Tonne. Ganz ehrlich. Wisp würde ich auch als guter Hilfer sagen. Natürlich mit der Feldausrüstung dort ist sie sehr gut. Okay, Leute, dann habe ich jetzt hier die meisten genommen, die ich jetzt wusste, aber die anderen sind anscheinend nicht hier. Also ich bin ein bisschen schade, aber okay, kommt damit klar. Ja, das war meine kleine Tierlist. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und wir werden dann sehr viel mit, ja, Wochen machen. Machen, haut rein, tschüss, tschau. Untertitelung. BR 2018